Musik Danke, vielen Dank. Herzlich willkommen hier beim Schichtl zu einer wirklich ganz besonderen Vorstellung. Ich habe es jetzt ganz klein da drauf geschrieben, 15.000 Mal auf geht's beim Schichtl. In München auf jeden Fall, ich glaube in Bayern insgesamt mittlerweile ja ein stehender Spruch, wenn ein in Bayern zum anderen sagt, dass irgendwas losgeht, dann heißt es auf geht's beim Schichtl. Auf geht's beim Schichtl, hat das mit Schichtl zu tun? Und Schichtl hat für mich jetzt, seit ich denken kann, was mit einer Person zu tun. Und die brauche ich jetzt auf der Bühne. Manfred, kommt doch zu mir bitte. Manfred Schauer, unser Schichtl, lieber Manfred. Ich habe schon ganz selten meine Amtskette um. Ich glaube in den 10 Jahren jetzt 5 Mal. Und jetzt kriegt er seine, weil die ist nämlich noch schwerer als meine Amtsketten und der braucht auch keine Köpfe, weil das kommt sowieso weg. Also schnell weitergegeben, lieber Manfred, an dich. Schau, wer es merkt, wie schwer so 15.000 Vorstellungen am Kran hängen. Fast schon, oder? Ich bin nicht gut, dass ich was trage. Und nochmal ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Manfred. Das ist einfach eine fantastische Geschichte. 15.000 Mal hier Vorstellungen vom Schichtl und einfach ein Relikt, das zur Wiesen gehört. Und ich bin immer froh, wenn wir ein Kreuz bisschen dazu beitragen können, dass es da so bleibt. Nachdem es heute draußen beim Widernetze war, hier ist es zumindest medial eine große Aufmerksamkeit. Du hast es verdient. Alles Gute, lieber Manfred. Machen weiter so in den nächsten Jahren. Du weißt ja, wie das nun aufhören ist. Wir wissen das ja wohl. Loslassen ist ja Kunst. Loslassen ist ja Kunst. Manche machen es freiwillig, manche werden gezwungen. Aber ich kann nicht abgewählt werden. Du kannst nicht abgewählt werden. Die Termeer Hexen auf jeden Fall wieder wählen, Manfred. Nein, meine Terminal Temp, lieber Dieter und Clemens. Komm, wir holen miteinander. Es ist mir eine große Ehre, dass ich seit 1985 der Schichtl sein darf, zusammen mit dem Ringo und dem Henkelsknecht. Das sind Menschen, die sind sowas von Besonderes. Wir leben auf engstem Raum, hier elf Stunden am Tag zusammen. Und dieser Zusammenhalt, der macht das, was unseren Schichtl ausmacht. Was wir machen, ist eigentlich naive Kunst. Auch die enthauptung, wenn es eine Wiesentradition hat. Aber wir tun es mit Herzblut. Und ich glaube, das merken die Besucher beim Schichtl. Und dafür bedanken wir uns ganz, ganz herzlich. Und gebt uns die Kraft und kommt es wieder. Weil den Schichtl gibt es nur so lange, wie die Leute kommen. Vielen Dank. Als gute Behörde darf man natürlich nicht so groß, sondern als gute Behörde gibt es einen Mastbrücken. Wir haben ja viele Mastbrüge, die gibt es limitiert. Ein paar Hundert, ein paar Tausend. Aber einen gibt es plus ein Mal. Das ist der Mastbruch. Originaler Poket-Fist. 15.000 sind neu. Ein einziges Stück gibt es davon. Das ist jetzt Deiner. Und herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich stelle jetzt nicht die übrige Frage. Ich stelle nicht die übrige Frage. Wenn ein Mastbier 13,80 Euro kostet. Wenn ein Mastbier 13,80 Euro kostet, was kostet man einen Liter? Aber das schenke ich mir. Nein, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Liter und einem Mastbier. Garantiert auf der Wiesn ist es äußerst korrekt eingeschenkt. Auf. Mega. Danke. Danke für die alles Gute. Danke. Köpfen, Frotzen, Sprüche klopfen. Zum 15.000. Mal. Ich gebe mir Mühe. Danke. Servus. Vielen Dank. Danke.